Hallo, ich grüße dich. Danke, dass du wieder dabei bist. Heute melden wir uns aus einem Ort, das heißt Vellner National Park und da gibt es so Monumente und riesige Felsen zu beobachten oder besichtigen. Stimmt, David? Da ist mein kleiner David. Mein Schatz ist noch mit den Kindern im Auto, die packen. Jetzt haben wir den Rucksack vollgepackt, damit wir nicht hungrig sind. Ist voll mit Obst und Wasser und ähnliches, weil ich weiß nicht, wie lange man da hingeht oder keine Ahnung. Ich habe mir nur gestern ein paar Videos angeschaut. Es schaut wirklich super toll aus. Und ja, wir freuen uns schon und du siehst gleich, wie das dort aussieht. Mein Schatz ist gerade reingegangen, die Tickets zu kaufen und ich gehe jetzt ein Stückchen gleich zu diesen Felsen. Schau dir diese fantastische Aussicht. Da warte ich, bis mein Baby kommt. Schaut euch das mal an. Boah, was für riesige Felsen. Vielleicht sieht man das jetzt bei dem Video nicht so, aber es ist so gigantisch. Es ist so tief da runter und da irgendwo gibt es auch so indianische, so alte indianische Ruinen, glaube ich. Da gibt es überall so Stiegen drauf, wo man dann runter gehen kann. Einfacher Traum. Wow. Jetzt bin ich kurz reingegangen zu meinem Baby. Sie ist gerade an der Kasse. Schaut ihr diese fantastische Aussicht an. Wow. So was muss man wirklich sehen. Das ist ein Wahnsinn, wie tief das nach unten geht. Schaut euch jetzt diese Terrasse an. Von hier. Das nenne ich Ausblick. Wow. Das ist ein Wahnsinn, oder? Wenn man da steht, da unter mir 300-400 Meter, diese traumhafte Aussicht und da kannst du vielleicht sehen, da ganz hinten gibt es überall so Stiegen mit Geländer und da kann man überall durchgehen. Und da wie du sehen kannst, diese Schluchter. Im Jahr 93 war da riesige Flut. Wahrscheinlich hat es so viel geregnet und da habe ich vorher Bilder geschaut. Das war Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut die ganze Zeit. Ich auch wirklich. Das ist Wahnsinn, wenn du da so stehst. Schaut, das ist wirklich Wahnsinn. Das sind die Ruinen da ganz vorne. Wow. Und wie tief das nach unten geht. Wow. Schaut, wie die Kürbel an. Es ist Freiheit. So wie bei uns. Schaut euch das an. Das ist auch so ein Teil von den Ruinen, oder? Ja. Wow. Was für ein Felsen. Schön. Wirklich. Super gemacht. Ja, Baby, was sagst du zu unserem heutigen Ausflug? Wahnsinn, oder? Das ist wirklich gigantisch. Ich weiß, ich kann das gar nicht in den Wörtern fassen. Das ist auch Wahnsinn. Super, ich kriege dauernd Gänsehaut. Ja? Weil das ist so gigantisch alles. Wahnsinn, das ist so riesig. Du schaust hin und denkst dir, wow. Wirklich, Wahnsinn. Hallo. Ja, da ist auch ein Blatt, ganz oben. Wow. Was? Wow. Schau mal. Da war früher auch Wasser. Wasser, Meerwasser. Was war hier? Wasser. Früher. Ozean. Ach so, das war Ozean hier früher. Ja. Das war alles unter Wasser. Ja, das sieht man auch da auf den Felsen. Wenn man so genau hinschaut, oder? Ja. Ja. Wahnsinn. Sie vorstellen sich, dass hier früher Wasser war, oder? Ja, natürlich. So ein Haus mit dieser Aussicht, oder? Da ist der Raucher rausgekommen. Ah ja, da ist der Raucher rausgekommen. Wirklich, Wahnsinn. So, jetzt haben wir kurze Pause gemacht, getrunken, paar Mandarinen gegessen. Jetzt gehen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch haben. Aber ist egal. Trotzdem, das ist so toll, auch wenn es noch vier Stunden dauert. Ist mir egal. So was kann man nur genießen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier ist ja hier gar nicht. Also, ich bin Walker. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war der Aktion. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. das Haus? Da hinten, von da sind wir gestartet. Traumhafter Blick von da, oder? Schau, wie tief das runter geht. So, Matej, probieren wir, ob der Echo ist. Hallo André. Bei dem Echo, was hast du mir vorher erzählt? Die tun, einer ist auf der Seite und einer dort und durch das Echo hören sie das dann. Dass sie sich verständigen vielleicht, beziehungsweise früher haben sie sich so verständigen können, hm? Ja. Ja, kann schon sein. Sein! Matej, sei, sei, komm weiter! Ich komme! Okay, sei, sei! Wow, und auf diese Distanz? Wahnsinn, du hast mich tatsächlich verstanden. So, Schatzi, noch einen Meter circa nach hinten, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Die Kinder und mein Schatz sind gerade picknicken. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ich habe hier nur gesehen. Da gibt es eine Aussichtsplattform, will ich dir gleich zeigen. Das ist schon fantastisch, wirklich. Schau dir das an. Boah! Schau doch nach unten. Wow! Das hat sich voll auszahlt heute, dieser Ausflug. Und da sind wir noch nicht fertig. Jetzt kommt eine zweite Route. Ich glaube, die ist irgendwo durch den Wald oder so. Muss man uns später nochmal anschauen. Schön, wirklich wunderschön. Man kann sehen, Reste Family tut schon picknicken. Das ist so schön hier. Schau, da ist die Schlucht da unten. Da sind überall so Tische, wo man picknicken kann. Einfach perfekt. So, das Picknicken ist zu Ende. Ich habe es super toll gegessen in der Natur. Und jetzt gehen wir weiter. Schauen wir uns das an, wie die zweite Route ist. Wie ich mich aber jetzt mit ein paar Tage erkunde, ist das doch nicht so lang. Da geht es eher von oben. Und da hast du ein paar Aussichtsplattformen. Von denen ist wirklich eine traumhafte Aussicht. Aber trotzdem, super, oder? Und mit vollem Magen macht es noch mehr Spaß. Da ist wieder so ein schöner Weg. Da gibt es so Bänke. Einfach sich da hinsetzen. Perfekter Sonnenschein. Diese Aussicht, was will man mehr? Und, hat es dir gefallen, David? Ja. War super Aussicht da von oben. Da ist noch eine so Aussichtsterrasse. Oder Aussichtsplattformen. Machen wir auch ein paar Fotos. Ah, mein Mäuschen. Ist bisschen windig geworden. Vorher war wärmer. Wenn es in der Sonne bis geht. Aber sobald du in den Schatten bist, ist es bisschen kälter. Und windiger. Immerhin sind wir ziemlich oben. Aber sonst, für mich ein perfektes Wetter. Oder so richtige Hitze. Das ist nicht so meins. Diese Tiere gibt es hier? Ja. Waterbär. Blackbär. Puma. Wie geht es weiter? Ich nehme alles auf. Hahaha. Ja. Haha. Das ist ein Holzhaus. Was für ein Holzhaus? Ein Steinhaus. So gross? Ja, ein bisschen größer. Und so ohne das. So wie das hier steht. Okay, Baby. Kriegst du. Das habe ich jetzt aufgenommen. Das kostet nicht viel. Wir haben jetzt auch die zweite Runde hinter uns. Jetzt bin ich wieder bei einer Plattform. Das ist aber schon hinterher von unserem Auto. Da ist die Familie. Und ja, sagt ihr, was hat es euch am besten gefallen bei heutigen Ausflug? Die Bank, wo man sitzen kann. Ah, super. Okay, die Bank. Martin, hast du die Bank am besten gefallen? David? Die Ruinen. Die Ruinen? Ja, das war ziemlich hoch. Das hat mich wirklich gewundert, wie die da hochkommen, oder? Ja, ja. Mit Holzleitern, ja. Glaube ich auch, ja. Und du, André? Auch die Ruinen. David? Ein Stein. Bitte? Dieser Stein hat mich gefällt. Ah, hat gesagt, dieser Stein, da hat ihm am besten gefallen von heutigen Ausflug. Sehr interessant. Patrick, die hat der Grizzlybär am besten, mit dem ich gekämpft habe. Der Yeti. Der Yeti am besten. Ah, der Yeti, der war auch nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen war wirklich wahnsinnig schön. Ich kann da immer noch nie irgendwie genug davon bekommen, weil... ja, es ist wirklich super. Egal von wo du hinschaust, in welche Richtung, diese riesige Schlucht da unten und... dann siehst du von ganz weitem, wo wir vorher waren, diese ganzen Wege und wirklich ein Wahnsinn. Weil eigentlich um diesen Berg da sind wir rundherum gegangen, eine Runde. Und jetzt sind wir ein bisschen da von oben spaziert und ist wirklich ein Traum. Und du, Baby, was hat dir am besten gefallen? Ich selbstverständlich, oder? Natürlich. Nein, es war alles super. Es war wunderschön. Wirklich. Ich habe so oft eine Gänsehaut bekommen, wenn ich so von oben dann runter gesehen habe, und habe mir gedacht, wow. Einfach, einfach nur fantastisch. Ja. Ja, gut. Und in diesem Sinne werden wir uns dann verabschieden. Und wie lange bleiben wir? Eine halbe Stunde vielleicht. Eine Stunde. Und ja, wir haben noch sehr viel vor hier in Arizona, weil jetzt haben wir uns angeschaut auf so Bilder. Wie viele Parks gibt es hier überhaupt? Wahnsinnig viele Parks. Es ist auch Wahnsinn. Diese National Parks haben so viel ausgebaut. Und viele sind aber ziemlich weit von hier. Die wirklich schönen habe ich gelesen. 300 Meilen, 500 Meilen. Es ist so riesig. Das ist Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie riesig das hier alles ist. Aber was wir können, sehen wir uns an. Selbstverständlich. Ja. Und das wirst du alle sehen in den nächsten Videos. In diesem Sinne, mach's gut. Deine Padman Family. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.